Ja, gestern sind zwei große, wichtige Dinge aufgetaucht, weswegen wir auch heute die Sendung nochmal von den wissenschaftlichen Tagesthemen oder vom wissenschaftlichen Heute-Journal her auch die fünfte Kritik an Economy for Mankind benennen. Denn solche, wie nennt man sie, non-governmental organizations, die NGOs, also die Economy for Mankind, die angeblich nach eigenen Angaben sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wird, zu Recht aus unserer Sicht, weil sie ja eben sozusagen eine so große Gefahr für eine Entwicklung Richtung DDR darstellen würde für Deutschland, dass man das schon mal beobachten kann. Auch wenn die Economy for Mankind zwar demokratisch sein will mit den Bürgerparlamenten, besteht ja dann auch immer die Gefahr, wenn es sich dabei nicht um repräsentativ, wenn da keine repräsentativen Wählerstichproben herstellbar sein sollten, dann ist es ja quasi eine Diktatur von Minderheiten über den Rest der Gesellschaft teilweise. Das wäre dann also auch nicht in Ordnung, dann wären die Bürgerparlamente eher Bürgerdiktaturen sozusagen. Die andere Geschichte ist, dass eben diese Austreibung der klugen Köpfe aus Deutschland, der besten Unternehmer, der besten Arbeitsplätze, Schaffer und so weiter und Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands, dass das natürlich schon an die Substanz Deutschlands gehen würde. Insofern kann man die schon auch mal beobachten durch den Verfassungsschutz. Das Entscheidende ist ja, dass eben aber die Wahlprogramme Baden-Württemberg für die Landtagswahl, die alles entscheidende Wahl, sterben die Parteien oder leben sie, dass diese von ähnlichen Experten beziehungsweise Reformern sozusagen in die Richtung der Linksradikalität abgelenkt wurden sozusagen und dass deswegen unsere Kritik an Economy for Mankind genau genommen auch für all die Experten gilt und NGOs gilt, auf die man sich bis jetzt bezogen hat bei den Wahlprogrammen irrtümlicherweise und leider und bedauerlicherweise. Ja, denn und dann haben wir hier nochmal zufällig gegoogelt nach Economy for Mankind Wikipedia und dann waren wir doch überrascht und dann haben wir nochmal weiter gegoogelt und dann haben wir lauter vernichtende Kritiken an der Economy for Mankind gesehen. Am stärksten ist mir in Erinnerung geblieben, dass eben man sich mal klar machen muss, wenn Vater, Mutter und Kind zum Beispiel, also so eine richtig bürgerliche Familie, nichts Kommune, nichts, sondern ganz bürgerliche Familie, dann hat die Vater kriegt 2000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, Mutter kriegt 2000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Das sind 4000 Euro netto. Jetzt ist das, kommt das entscheidende Argument, was auch im Internet gebracht würde, wer, dann müsste jetzt, wenn nur einer von den beiden arbeiten geht, nehmen wir mal an, klassisch der Vater geht arbeiten, ja, dann müsste ja der Unternehmer, dem jetzt statt einem Gehalt von sagen wir mal 2000 Euro netto, müsste ihm ja jetzt ein Gehalt von, ja, sozusagen, ja, also mindestens müsste ihm ja jetzt ein Aufschlagsgehalt von vielleicht nochmal 500 Euro oder 1000 Euro bieten, damit dann der Vater überhaupt noch arbeiten geht, ja, und dann würde nämlich der Unternehmer sowohl die 2000 Euro, bitte hier unten rechts erst einmal bei dem rundlichen Ding schneller drehen, weil ich ja so langsam rede, also da müsste ja dann der Unternehmer erst einmal die 4000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen mitfinanzieren, durch seine Umsatzsteuerabgaben sozusagen, und dann müsste er noch die 1000 Euro finanzieren, die er vielleicht noch zusätzlich drauflegen muss, damit der Unterschied von 4000 auf 5000 Euro überhaupt attraktiv wird, für den Vater überhaupt zur Arbeit gehen zu wollen, ja, das, und das geht ja in die gleiche Richtung, wie, dass wir sagen, dass die Unternehmer durch die Umsatzsteuer ja so hoch belastet werden müssen, dass sie fluchtartig Deutschland verlassen würden mit den Arbeitsplätzen und mit den Maschinen, also diese Kritik ist also, von unserer Kritik ist also gar nicht ungewöhnlich und neu, sondern die wird im Internet noch viel vernichtender geäußert, auch an der Person, der Ökonomie, dem persönlichen Charakter der Ökonomie vor Mankind Vertreter, da wird also schon auch geschildert, dass die hochaggressiv gegen jede sachliche Kritik vorgehen würden, also, und dieses Argument, die Leute sollten immer erst mal lesen, ja, dass, dass das eben schon bekannt ist, dass die Ökonomie vor Mankind zwar sagt, sie wünsche sich eine Widerlegung ihres Konzeptes, aber dann sofort hochaggressiv reagiert und aufgebracht und entrüstet reagiert. Wenn dann solch eine Kritik kommt, dann will man das nicht wissen, dass eben das für die Unternehmer, wie ich ja an dem Beispiel 4.000 Euro, 5.000 Euro, die ja irgendwo auch von den Unternehmern mitfinanziert werden müssen, das ist eine so drastische Höherbelastung der Unternehmer, dass ich mir das auch nur, und auch im Internet die Leute sich das nur so vorstellen können, dass das zum Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft und der Arbeitsplätze führen dürfte und übrig bleiben würden Arbeitsplätze mit viel, also mit viel weniger Geld und dass man das Ganze durch den Verfassungsschutz beobachten kann, ist da eigentlich nur logisch, ja, also Liebe, deswegen unsere üblichen Tagesthemen, Liebe, Liebebasis, Sucharit Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter Rosen und so weiter, unsere News dazu eben, was wird aus euch und euren Parteien und so weiter, wenn ihr euch von solchen linksradikalen NGOs in die Irre führen lasst und eure Parteiprogramme in Richtung Unwählbarkeit schon jetzt bewegen habt lassen, dann sind also Sendungen aufgetaucht von Landtagswahlsendungen von Wir 2020, EU und die Basis, da wurden dann Sachen kommentiert von verschiedenen Sendern und so weiter, auch jemand hat sogar eine eigene Sendung gemacht, wo er sagt, dass da die, mit diesen linksradikalen und Gemeinwohlökonomie eins zu eins zu übernehmen, was ja auch ein aus unserer Sicht auch zwar anhörenswerter Experte ist, aber kein vorrangig zu beachtender Experte, weil ebenzu da ein zu linksradikaler Geist in der Gemeinwohlökonomieflasche sozusagen steckt und ja, von daher also unsere dringende Empfehlung, liebe Parteien, wendet euch den richtigen Experten zu, die findet ihr ja auf der Homepage nextscientistsforfuture.de, dann den Live-Ticker anklicken, oben sind zwei erste Links und da findet man dann die Liste der externen Reformer und Experten und so weiter und da findet man acht Experten, die seriös sind und die nicht alle so extremistisch sind, sondern eben auch vernünftig sind und dann sollte man die alle anhören und die Fraktpartei wird ja diesen Neuparteien nur dann Konkurrenz machen müssen, wenn die nicht wieder zurückfinden zum echt Basisdemokratischen, zum echt freier Argumentenkultur praktizieren, zum echten Demokratie pur praktizieren, nämlich das heißt, alle Experten, alle kompetenten Experten, wirklich alle gleichermaßen anhören, sich damit beschäftigen, Referate darüber halten und dann sollte die Parteibasis erst darüber abstimmen und dann sollte danach erst das Wahlprogramm überarbeitet und neu gemacht werden, sodass dann das Wahlprogramm nicht wie bisher jegliche Wahlchancen dieser Parteien vernichtet, wie wir das einschätzen. Ja, wir halten das dann nicht mehr für wählbar. Ja, und dann heutiges Kurzthema, welche wissenschaftlichen, also wir müssen uns einmal klar machen, überhöhen wir nicht das, was Wissenschaft ist. Es handelt sich um Berichterstattungen aus aller Welt und aus der Vergangenheit, letztendlich um Berichterstattungen, Schluck Wasser, aus der Archäologie, was man so sozusagen an Knochenfunden gefunden hat und deren Interpretation und Auswertung und so weiter und welche Berichterstattungen haben mich zum Beispiel als naturwissenschaftlichen Denker überzeugt. Wo sehe ich keinen Grund für vorteilbringende Irrtümer, also dass da sozusagen etwas schiefgelaufen ist? Also das so quasi auch von mir als Nachtrag, erstens zu den hier, zu den externen Reformern und Experten Ökonomie von Mankind und Natural from Local Sources. Also welche Berichterstattungen, wo sehe ich keinen Grund für vorteilbringende Irrtümer, für parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, also Manipulation? Eben bei der Idee des Urknalls sehe ich kein Problem vor 13,8 Milliarden Jahren, Entstehung der Galaxien vor etwa 10 Milliarden Jahren, Entstehung unseres Sonnensystems vor 5 Millionen, 5 Milliarden Jahren, Entstehung, Ausbreitung des Lebens der DNS auf der Erde, so circa ab 4 bis 3,5 Milliarden vor unserer Zeit. Da sehe ich einfach nicht, wer da einen Vorteil gehabt haben sollte, uns da Märchen zu erzählen. Ich bin ähnlich, dann vor, ich springe jetzt also von 3000 Millionen Jahren auf 65 Millionen Jahren, ein Riesensprung der Evolution. Und ich sehe da keinen Grund, dass jemand uns einen Bären aufbinden wollte bei dem sozusagen Aussterben der Dinosaurier und damit dem Freiraum für unsere direkten Vorfahren, die Säugetiere und ich sehe auch keinen Grund für vorteilbringende Irrtümer, also für irgendwelche Geldgeschäfte durch eine Desinformation darüber, dass dann unsere Urgroßeltern sich allmählich an die Bäume anpassten, affenähnlich wurden und dann von den Bäumen auch wieder runtergingen in die Savanne und sozusagen dann vor 4 Millionen Jahren spätestens ihre Rivalenkampf und Eifersucht anzeigenden Eckzähne verloren haben, sodass sie dann in eine, vor 400.000 Jahren in der Hochblüte eines urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus gelebt haben. sozusagen der felllose zweite Savannen-Bonobo sozusagen glücklich und friedlich und eifersuchtsfrei und Rivalenkampffrei miteinander liebevoll gelebt hat und geschenkt hat und so weiter. Ich kann da nicht erkennen, ich sehe eher da, dass die Professoren, die Berichterstatter wie Professor Franz de Waal oder Professor Friedemann Schrenk eher sehr, sehr, sehr viel Schwierigkeiten hatten, diese Daten überhaupt anzuerkennen, weil sie eigentlich ja nicht passend zu ihrem moralischen Ideal einer monogamen Ehe, in der sie sich selbst ja auch alle befinden sozusagen. Das heißt also, ob die haben schweren Herzens diese eigentlich, die monogame Ehe widerlegenden Fakten sozusagen dargestellt und wenn jemand so missmutig eigentlich da diese Wahrheiten berichtet und als Berichterstatter das für seine Wahrheitspflicht hält, obwohl es seiner eigenen persönlichen Ideologie widerspricht, dann habe ich keinen Grund daran zu zweifeln, dass da etwas Wahres dran ist, dass wir also sozusagen zumindest offen sein sollten dafür, dass es vielleicht sein kann, dass wir genetisch immer noch unsere größten Glücksmöglichkeiten in uns haben, aufgrund eines, wenn wir uns wieder annähern würden in der Lebensweise über Mehrgenerationen-Wohngemeinschaften wieder annähern würden, einem urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunenleben, wenn wir uns dem annähern würden, was ja die Schenker-Bewegung versucht, experimentell, wir haben das ja auch früher in Experimenten versucht, das ist extrem schwierig, wenn die Welt da draußen rum weiterhin grausam raubtierkapitalistisch ist, dann ist so etwas extrem schwierig. Ja, die Ökonomie von Mankind müssen wir wirklich betrachten, noch einmal hier deswegen dieser Rückbezug auf die Talkrunde mit Professor Schwab und Paula Piquet als Ehrengästen. Wir müssen die Ökonomie von Mankind kritisch diskutieren, weil sie eben quasi ein Stellvertreter für all die Experten und Reformer ist, auf die sich wir 2020 EU beim sehr linkslastigen Wahlprogramm bezogen hat. Und Pseudowissenschaftler, das ist ein ganz anderes Thema noch einmal, Pseudowissenschaftler wollen auch über den Lauf des Regenwassers eine Studie. Ja, Pseudowissenschaftler erkennen sie immer daran, dass sie eigentlich fast immer Studien fixiert sind, wobei sie immer verschweigen, dass Studien das Anfälligste für Täuschung, Irrtum und Betrug sind, was es überhaupt gibt. Dass sie also sozusagen so was von unsicher sind, dass man denen eigentlich nie glauben sollte, sondern erst einmal jede Studie grundsätzlich in Frage stellen sollte, weil es fast immer Irrtum, Täuschung oder Betrug oder sonst was ist. Ja, oder Wissenschaftsmethodikfehler und, und, und. Ja, also es ist eigentlich fast immer ein Irrweg. Und der Bezug, dass man sich auch auf Naturgesetze stützen kann, das wird dabei immer vergessen. Und das will man nicht. Ja, weil das widerlegt dann so viele pseudowissenschaftliche, romantische Ideologien. Ja, denn zum Beispiel beim Regenwasser. Ja, wir haben doch die Naturgesetze. Wir haben Gravitation, wir haben Massenträgheit, wir haben Windwirkungen. Die Windwirkung kann das Wasser in eine bestimmte Richtung ablenken und kann verhindern, dass die Gravitation, das Wasser und auch die Massenträgheit und die Windwirkung können verhindern, dass das Regenwasser auf dem direktesten und schnellsten Wege Richtung Massenschwerpunkt der Erde hin gezogen wird, sozusagen, angezogen wird. Aber das wissen wir doch. Also das Ergebnis steht doch schon fest. Ich brauche doch jetzt keine Studie darüber zu machen, wie das Regenwasser fließt und brauche doch nicht jetzt in jedem einzelnen Fall immer wieder eine Studie zu machen mit allen ihren Fragwürdigkeiten, wenn ich doch die Naturgesetze habe und weiß, wohin im Prinzip das Wasser fließen wird, immer am Ende doch irgendwo Richtung Massenschwerpunkt der Erde und größte Anziehungskraft, also zumindest als Resultante aus den Anziehungskräften der Sonne und der anderen Planeten und der anderen Teile des Universums und aber auch eben der Erde, die wahrscheinlich der größte Anziehungsfaktor im Universum für das Regenwasser ist oder sein dürfte. Und dann muss man halt noch die naturgesetzliche Windwirkung und die Massenträgheit des Wassers einrechnen, wenn es dann mal in einem seitlichen Fluss wäre und so weiter. Und dann steht das Ergebnis doch fest. Und hat man also Naturgesetze, braucht man keine wackelige Studie mehr. Hat man das Naturgesetz Mutation und Selektion, braucht man auch keine Studien mehr, wie das dieser Dr. Hagedorn völlig unsinnigerweise und in pseudowissenschaftlicher Weise gefordert hat. Obwohl doch eigentlich die naturgesetzliche Ableitung jegliche Studie schlägt, forderte er wie in gewohnter pseudowissenschaftlicher Manier als Begründer der Scientists for Future sozusagen Studien, wo die naturgesetzliche Ableitung ja weit überlegen ist und ganz klar beweist, dass der Ansatz der Next Scientists for Future zwingend aus dem Naturgesetz Mutation und Selektion resultiert und also feststeht in seiner sachlichen Richtigkeit. Solange die Welt nicht pazifistisch ist, sind wir gezwungen, möglichst viele große Hirne im Lande und viel Beschäftigung mit Mini-Defensiv-Raketen-Raketen-Raketen-Raketen aufzuweisen. Also noch einmal langsam. Solange die Welt nicht pazifistisch ist, sind wir gezwungen, möglichst viele große Hirne im Lande aufzuweisen und eben nicht unsere fähigsten Hirne nach dem Motto So What von Economy for Mankind. Was ist daran schlimm, wenn die Superreichen, die ja in Wirklichkeit auch die mit den supergroßen Gehirnen sind, das Land verlassen? Da das Problem ist, dass wir dann sozusagen weniger Intelligenz haben, die rumtüftelt an Waffensystemen, an Defensiv-Rüstungs-Raketensystemen. Und wir brauchen ja auch noch dann die zeitliche, viele und quantitativ hohe Beschäftigungszeit mit Mini-Defensiv-Raketenriegel. Denn wenn wir eins von beiden nicht haben, nämlich nicht genügend große Gehirne und nicht genügend Beschäftigungszeit, dann werden wir genauso eroberbar wie die Indios und Indianer, die durch uns abgeschlachtet wurden, bei der Eroberung Amerikas, Gesamtamerikas. Nach dem weltweiten Pazifismus, nach dem Beginn des weltweiten Pazifismus reichen uns dann drei Stunden Arbeit pro Tag wie im Naturzustand wieder, weil wir dann ja nicht mehr gezwungen sind, genügend Zeit in Defensiv-Technik-Tüfteleien zu investieren und wir sind dann eigentlich sogar noch nicht mal mehr gezwungen, darauf zu achten, dass nur die mit den großen Gehirnen auch die meisten Kinder bekommen. Allerdings wird das, da es dann auch keine vorteilbringenden Irrtümer mehr gibt, die dagegen stehen, sozusagen, wird das von selbst wieder beachtet werden, weil die Körper der Frauen schon ja von Natur aus dafür sorgen, dass man nur den Zugang zu den Eizellen, nur den leistungsfähigsten, gehirntragenden Männern sozusagen, den Trägern der größten Gehirne auf Seiten der Männer, deren Spermien, das gewährt man ja im Körper der Frauen sowieso von Natur aus einzig den Zutritt zu ihren Eizellen, während man denen mit den Männern, zwar mit allen Männern Sex hat, der Kommune im Naturzustand, aber denen den Zugang zu den Eizellen drastisch verschwert durch die innerkörperlichen Mechanismen sozusagen. Und von daher kommt es im Naturzustand dann sowieso dazu, dass nur die mit den größten Gehirnen, nur die Männer, deren Spermien sozusagen, haben dann sowieso nur Zugang zu den Eizellen der Frauen. Also die Amerika zeigt uns, ist ein Land kriegerisch, erzwingt das, dass man viele große Gehirne und viele Defensivwaffen, Tüfteleien oder man wird eben abgeschlachtet. Also noch einmal, wir haben nur die Wahl als Deutschland. Entweder wir lassen uns abschlachten oder wir müssen viele große Hirne im Land haben und dafür müssen wir die Politik machen und wir müssen uns viel zeitlich sehr viel immer noch leider mit Defensivwaffen, Tüfteleien beschäftigen, sonst werden wir abgeschlachtet. Ja, das war es schon wieder zu diesem, mit dieser, mit dieser fünften Kritik an den, sozusagen an diesen, an der Ökonomie von Mankind stellvertretend für all die, ja letztendlich inkompetenten Reformer und Experten, auf denen, auf die sich bisher die Neuparteien bezogen haben und deswegen, weswegen sie katastrophale, nicht wählbare Wahlprogramme gemacht haben und eigentlich jetzt schon dadurch gescheitert sind. Und es scheint eben zu sein, man sieht anhand des Umgehens mit den Kommentaren bei den Sendungen, sieht man, dass eben leider die Parteien schon ähnlich diktatorisch geworden sind, wie es in der CDU, in der SPD, bei den Grünen und so weiter zugeht. Da ist also von Basisdemokratischem, von freier Argumentenkultur, von Demokratie pur, keine Spur mehr sozusagen. Und das bedeutet also, sie sind eigentlich schon völlig am Ende. Ich hoffe, so sympathisch der David-Claudio-Sieber ist, es kann sein, dass er einfach, weil er das auch so gewöhnt ist, jetzt einfach die Basis zu seiner David-Claudio-Sieber-Partei gemacht hat und dass es damit jetzt schon eine still und leise, eine heimliche, diktatorische Partei wie die CDU geworden ist, die ja auch eine Merkel-Partei ist und so weiter und dass damit schon jede Chance auf echte, gute Zukunft für uns schon wieder weg ist. Ja, schade. Ich hoffe, dass dann wenigstens die FRAG-Partei das korrigieren kann. Ja, tschüssi, bis bald.